Kita Hannover. Was stimmt mit euch nicht? Seid ihr jetzt total am durchknallen? Was soll das? Körperkunde mit sexueller Handlung in der Kita? Nein danke, das brauchen wir nicht und das lassen wir uns auch nicht gefallen. Was stimmt mit euch nicht, dass ihr auf solche Richter kommt und so ein Blödsinn veranstaltet? Sowas gehört verboten. Wenn die Regierung nichts macht, normalerweise müsstet ihr euren Job verlieren. Das sind unsere Kinder und da hat keine Körperkundungsphasen mit sexueller Handlung schon mal gar nix in der Kita verloren. Und für jeder der nicht uns nicht Deutsch versteht, Roma wird das jetzt gleich einmal übersetzen und wir werden euch einen kleinen Beitrag zeigen. Und dann euch sagen, was könnt ihr dagegen tun oder was sollten wir alle dagegen tun, das sind unsere Kinder. Und jetzt sind wir euch noch aus dem Thema, das ist es nicht schlimmer, das ist es richtig sehr simpel. Und jetzt haben wir die Tatsache und die sich in Hannover nur beherrschte. Den haben wir auch immer wieder ein, den wir hier, in Deutschland machen und die haben. Und das ist dann wieder die Tatsache. Kita Hannover, seid ihr bescheuert? Was ist los mit euch? Was wollt ihr? Was wollt ihr haben für unsere Kinder? Oh mein Gott, das wollen wir. Das wollen wir nicht. Danke. Das Landesjugendamt in Niedersachsen hat einen Körpererkennungsraum in einer Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt Hannover gestoppt. Das pädagogische Konzept wurde vom Kultusministerium als gefährdend für das Kindeswohl eingestuft. Die Kita hat in einem Elternbrief Regeln für diesen Raum festgelegt. Unter anderem hieß es, jedes Kind entscheidet selber, ob und mit wem es körperliche und sexuelle Spiele spielen will. Jetzt hat das Landesjugendamt angeordnet, dass die AWO-Kitas in Hannover ihr pädagogisches Konzept überarbeiten müssen. Die AWO selbst bestätigte das und betont, dass in den Kitas keine Räume für nackt. Wir machen es. Butterbeie, Fische. Was soll der Mist? Wir werden das ganze Stimme zulassen. Unsere Kinder sind die Zukunft für morgen. Und ihr kommt mit Körpererkennung, sexuelle Handlungen noch dazu? Sagt mal, was stimmt mit euch nicht? Wir müssen unsere Kinder schützen. Und ihr bietet sowas an? Was soll dieser Mist? Aber das werden wir uns nicht gefallen lassen. Wir gehen auf der Straße und wir werden richtig, richtig Stress machen. Wenn das so weit kommt und die Region nicht in der Lage ist, dann braucht es irgendwas zu machen. Unsere Körper, unsere Kinder haben ihre Körper und das bleibt ihre Körper. Und da brauchen keine anderen Kinder oder Erwachsene. Haben gar nichts dran zu suchen. Überhaupt nicht. Gar nichts in dieser Richtung. Und das empfehle ich. Ich bin richtig ewig, richtig erschüttert darüber, dass ihr überhaupt auf so einen Trichter kommt. Und normalerweise dürftet ihr euren Amt oder euren Job da gar nicht weitermachen. Das ist das allerletzte. Ihr macht das ganze Vertrauen kaputt. Wir vertrauen euch als Mütter, als Eltern. Und ihr macht so eine Scheiße mit unseren Kindern? Niemals. So weit ich bin ein bisschen Obersicht für die, die kein Deutsch hören in Deutschland. Ich wollte gerne erstmal ganz kurz auf meine Sprache sprechen. Ich komme aus Eritrea. Mein Name ist Roma Show. Danni. So, es geht um die ganze Zeit mit Roma Show. Danni. Können Sie die Reaktion-Videos. Können Sie die Reaktion-Videos. Können Sie die Reaktion-Videos. Können Sie Ich bin wirklich immer noch nicht weit. Weil wir uns die Reaktion ihre attached. Ich weiß nicht, wenn wir uns die Reaktion-Videos sind. Wir wussten die nicht, wie wir uns euch zu sagen. Wir wissen, wir haben jetzt die Reaktion-Videos. Wir wissen, wie wir das dann haben und wir arbeiten. Das werden dir leben müssen. Ich bin Ich bin total nervös, bedau mir nervös. Keine lochung. Ich übernehme dann den Versitz. Kita-Nova, unsere Kinder sind nicht eure Spielzeuge. Also bitte unterlasst solche Sachen. Bitte lasst es. Keine sexuellen Handlungen oder Erforschung, Erkundung oder sonst irgendwas. Wenn ihr das nicht... Liebe Leute, ganz ehrlich, wir Mütter, Väter, wir müssen alle zusammenhalten und sollten genau drauf achten. Bitte fragt euren Kindern, was passiert so in der Kita. Habt ein Auge da drauf, nehmt die Worte ernst für eure Kinder, was sie sagen. Sollte irgendwas verdächtig sein, bitte meldet es sofort. Wenn der Staat nicht in der Lage ist, oder die Kita, wo wir unser Vertrauen hingeben, unsere Kinder zu schützen. Wir haben vertraut und ihr versaut das Vertrauen, ihr macht alles kaputt. Das geht nicht. Dann gehen wir auf die Straße und dann tanzt selber richtig auf der Straße, weil das geht nicht. Das sind unsere Kinder, unsere Zukunft. Aber an sowas? Bitte, was soll das? Das stimmt mit euch nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Kinder, unsere Kinder sind die Zukunft für morgen. Also, lasst es sein. Macht euren Job richtig oder lasst es. Leute dürfen keinen Job machen. Darf ich ja unterbrechen? Genau. Äh, bitte können ja Transitsgeber bestätig denn nicht. Äh, ich gebe jetzt an die Frage. Däkna, nackun, metzauta eikunnen. Birgiska, unsere Kinder sind keine Spielzeug für euch eingerichtet. Punkt. Däkna, metzauti konnen noo. Kette, witz an die Frage. Birgiska, achomi. Däkna, abidom, hibnayom. Kümhruwam, äh, kankun, wikaddisziplin. Malet, bekkana, anahana, matafsländerkinder. Die lernen in die Kita eine richtige Worte. Aber, aber, uwe, gina. Au, uginn, tairukho malu maletim. Beka, istse abzei ödmi om. Nichteikol ut. Hitzauwanti, besea awa seks. Beka, kitzauwati khonus. Besea awa seks, besea awa seks. Misakalatum, kitzauwati om. Zimahruwzallu. Ge, yungt, amt, gintay, gierwollu. Ahtiwaaallu. Inda gana, haa. Haxi, iwollu, tukudday. Kom uqay, gibbar. Seraxkum, malet, naatkum, I have no words. Ketibiltani hatina. Inde, xerkemzi gierkum. Inde, xerkemzi gierkum. Inde, xerkemzi gierkum. Maaleti, seraxkum, kaatatfuwa ikum. Seraxkum, kaat, ayitraqbowani. Inde, naa, haa. Adzirgak. Inwashena. Idei, selama, wosel fi, kinqabirna. Anniha, birgiz kaat. Andi haar kiim, zuhaqadzidak. Kullum seroxabit. Maalese, da, taniha, agai choko, walla adbedxa. Adzirgak. Wasi. Daaganaa, ezuqa. Nabzi, haafiakhaa. Exeqyaidiu. Qaljut. Kam qaljut kuinayna. In dem der Zeit Ihr sagt, dass Sie nicht mehr als Bewerber aufbauen können. Er sagt, dass Sie nicht mehr als Bewerber aufbauen können. Wenn Sie nicht mehr als Bewerber aufbauen, dann können Sie nicht einfach sein. Er sagt, dass man nicht mehr als Bewerber aufbauen kann. Das ist ein Kind von der Bewerber aufbauen. Meine Damen und Herren, ich habe keine Ehre gemacht, weil ich es nicht so gut und so ist. Deswegen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Sein 어쩌 – Deswegen haben wir die Angriffe für diese Bevölkerung gesehen. Das ist die Angriffe von der Bevölkerung der Beziehung. Das ist das in der Branche. Ich habe keine Worte, wirklich. Sie sind nicht nur ich. Sie haben keine Ahnung und wirklich. Sie sind für die! Sie sind nicht so schön. Die Frau ist nicht so schön. Sie müssen das Leben sein und den Schlafer haben. Sie sind schla, Giao und den Schlafer haben. Sie sind schla. Sie sind schla. Sie sind so schön. wenn ihr das nicht habt, dann kommt ihr zuerst und dann kommt ihr zuerst um die Zeit zu gehen. Wenn ihr euch auf jeden Fall gekauft habt, dann kommt ihr zuerst und dann kommt ihr zuerst auf die Zeit. Danke für alles! Hast du was zu sagen? Bitte Leute, achtet wirklich auf eure Kinder, auf jedes Wort. Fragt Kinder, was los ist. Das geht in jedem nach. Wir müssen unsere Kinder schützen, denn unsere Kinder sind die Zukunft, das ist wichtig. Ich könnte weinen, wenn ich so was mitkriege. Das Körperkontakt und Handlung, ich glaube wirklich, das macht mich irre. Das darf nicht sein und soll nicht sein. Definitiv nicht. Wir müssen zusammenhalten, alle. Das geht nicht. Das wollen wir nicht. Das ist wichtig für uns mit einem tollen Teil der Welt. Danke für die Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.